Hi Leute, hier ist wieder euer Maddi und die Crew und zwar zu einem weiteren ganz gemütlichen Songabend. Und heute spielen wir mal was Neues und zwar wir spielen Causal Crashers. Also dann lehnt euch zurück und lacht gerne mit. Also dann viel Spaß. Wie tippst du denn hier weiter, wa? Ja, ne das haben wir gemacht hoch. Das haben wir gemacht. Ja, wir müssen hier hoch, aber ist das die, ist das schon ein Level? Ja. Ich muss doch kurz was trinken hier auch, ey. Das geht hier so ohne Pause. Brauchen wir jetzt wieder ein Fendi? Also alle, die schweren Angriff machen? Nee, steck mal. Aber dann, dann... Halt, hier! Ah, Ruhe! Endlich weiß ich wofür das gut ist. Wofür diesen einen Moment... Sch... Sch... Oh! Oh, ich seh an! Ich spier's nicht mal vor Spinnen dahin. Ich bin gerade 94 Schadenspunkte gedrückt. Ich bin gerade 94 Schadenspunkte gedrückt. Schönen, du Stück Gülle. Aber ordentlich waschen hinterher, ne? Oh, oder? Hier ist ein Grab noch? Ja, Grab mal aus. Ah, Ruhe! Ach, das ist ein komisches Pad. Ja, okay. Das hab ich mir gefangen. Äh... Was auch rum aus kann. Ich hab so rum aus. Come an da oder? Es ist nicht da oder... Die Lauf wieder nie! Was ist das denn genau? Geiles Schwert. So, mit Schwert sieht das aus. Die halten was aus, ey. Nee. Geht's hier hoch? Ne, hier rechts. Aber was kommt rum? Nichts. Psssssssssssss. Hier? Hui! Oh! Das ist ein Gegner. Er ist reingegangen und ist als Fischmensch wieder rausgekommen. Barreter! Wir werden nicht wie gelingt. Boah! Danke! Bitte! Oh! Oh! Nice ass! Oh! Vor allem ein... Ein Stiefel am Ende, weißt du? Tja... Gute an. Ja, genau. Ist ja doch auch schön. Ich bin am Hintern. Kann sein muss. Ich bin am Hintern. Kann sein muss. Wieso? Egal. Ich hab einfach alles gefühlt. Ach, scheiße. Jetzt hab ich hier so ein komisches Schmerzschuh draufgenommen, ey. Ich kotze. Naja, war's jetzt. aber jetzt nach rechts, oh hier ist noch ein laden das ist ein Sumpfdorfladen ich habe keine Tränke mehr hier wenn wir immer sterben und dann brauchen wir die macht Nahrung, die dann mehr Gesundheit gibt, das klingt wie konnte ich kaufen? auch mit Ds und Tränke kannst du auch mehrfach kaufen wieso häng ich den hier? ah da ist so ein Schwert, ach kostet 200 ich weiß nicht wie ich das hier kaufe was willst du denn kaufen? einfach nur mit A ok funktioniert danke was macht denn diese Schweine? keine Ahnung warte mal was ist das Schweine? meist meist warte mal aber links daneben fehlt auch noch warte mal lass doch mal zurück gehen bitte geht das? nein weil links daneben war noch ein Level der uns gefehlt hat wir sind jetzt direkt zum Boss das sieht einfach aus aus das ist das was ist das was ist das ich habe mit dem Patch mit seinem Beton dass wir sein das ist mit dem Patch mit seinem Beton Da wär' ich raus, ja. Dass du Feuermagie machst, liegt das da dran, dass du der Orangene bist? Ja. Also jeder würde ne andere Magie machen, ich würde was weiß ich... Rot ist Blitz, Blau ist Eis. Au! Ja, Mensch, ja. Die liegt aber auch so, ja, bitte. Ich hab' nichts gesehen, Eno ging auf jeden Fall daneben. Alter. Alter. Ja! Ist doch nicht mal viel, ey. Ey! Putter! Was waren die jetzt? Ob der unterzieht das nen Hut, oder wie? Ah! 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 Ein Hörnchen! Das heißt, wir hätten die Medusa noch gar nicht machen können. Genau. Ach so, wir hätten die Medusa Schuhe raus. Neuer Bereich freigeschaltet. Ja, und da fehlt uns noch der Level links daneben quasi. Ja, den machen wir gleich. Ja. Der hier, der hat uns zu dem Boss grad geführt. Krass, ich bin fast tot. Oh, die Bauern helfen uns so ein bisschen, ja? Hm? Ja, ja, ja. Wer ist hier auf dem Scheißhaus? Da denkst du, level up. Aha. ARD Text im Auftrag von Funk Was ist das für ein Vieh? Wie der Oberbruch geklaut hat Alter Habt ihr noch Sandfischs? Haut rein! Sandfisch! Block! Ich bin tot! Ich kaufe das ja die Tränke Nur eins Gander! Macht das! Geht ihr Narren Das war ja easy Ja Oh da liegt einer tot Können wir den Opfer drüber nehmen? Ich seh schon dran nichts ja Also ich bin down Habe ich genau gesehen Was denn? Ich? Nein Ich bin down Ich bin klar Ich bin klar Warte mal kurz Äh Wer ist hier? Kerzen drückt Hm Oh Oh Keiner raus Immer legst du hier nur rum Ja Ich bin klar 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 Große raus Ich komme so nicht zu dir Mh Jeg Bee nhà Entsch andet Glaub wir müssen das Vieh machen das spawnt sonst glaube ich noch mehr solche Schwanz Irgendwann ist es da irgendwas Wir tritt euch mal auf den Großen von der Flasch Magie ist schon ziemlich geil, ne? Aber passiert halt einfach nichts mehr auf der Karte Das kommt auch glaube ich auf die Magie auch ein bisschen drauf an Ich weiß nicht wie die Magie von den anderen ausfällt Oh Oh, das ist ein Postier-Weeding. Gut als Doof-Trotter. Ah, los, komm, 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 ey, cool, da bist du. Ich muss nochmal den Bosskampf machen. Ja. Ah, okay. Ich stell mich einfach vor, Markus. Hm. Das Schild hoch. Wenn ich das beste was nehmen kann. So. 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 Aua. Aua. Oh Gott. Ist immer so, ohne die Feuerattacken wären wir echt machtlos. Das macht schon Sinn, dass nicht alle auf Naga abgehen. Ja. Ich bin relativ einseitig geskillt. Oh. Okay. Ah, fuck. Ich verballere hier irgendwie. Jetzt oder nie. Alter Schwede. Oh, ey. Missfiel. Freunde, der kommt auch genau unter mir immer raus, ne? Der blöde weg. Ich bin hochdown. Boah. Gibt's denn sowas? Der wird dich doch wohl nicht immer besiegen. Ihr dürft nicht auf dem Haufen stehen. Ja, berufe dich. Du darfst nicht sterben. Du darfst nicht sterben. Weil jetzt der kommt noch da auf, wo er in Ordnung ist. Immer diese Tipps von den Leuten, die ständig auf dem Boden fliegen. Ja, die Backseat-Gamer. Oh, nein. Hahaha. Hahaha. Au. Hahaha. Ich. Ich wäre ein guter Platz zum Liegen gewesen. Ich liege oben rechts. Au. Alter, mach mal weiter. Haben wir's jetzt mal bald, ey. Aber räumen wir das irgendwie nicht so schwer. Ja. Wir hatten ein volles Leben. Ich glaub, da hat man... Wir kamen ja hier mit halbem Leben an. Wenn der hier immer... Ah. ... immer am Boden bist und ständig die Leute wieder hochholen musst. Ich spreche niemanden persönlich an. Ich liege auch hier irgendwo in der Ecke. Das ist unmöglich. Das kannst du nicht mal blocken den Schein. Gott sei Dank. Ich bin gleich wieder da. Kurzen Moment. Jo. Ah, jetzt kriegen wir das Horn. Juhu. Mach ich's nochmal. 502 XP. Ui. Das ist schön. Leben! Einmal Stärke und... Oh, ich hab sogar noch einen Punkt. Oh, geil. Ich mach mal! Du willst jetzt auf Magie gehen, wenn du jetzt schon wieder auf Stärke gegangen bist. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem ganz gemütlichen Zockerabend und zwar mit CastleCrasher und die Crew und auch ich wünschen euch noch einen schönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag. Ja, wenn ihr euch diese Folge hier ganz gemütlich angesehen habt. Also dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare und wir würden uns sicher mega über ein Abo freuen. Also dann, bis zur nächsten Folge, wenn's wieder heißt, Zockerabend mit der Crew. Also dann, lasst es euch gut gehen. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.